Was ist euer bester Spruch um jemand zum Gehen aufzufordern? Darf ich dir noch etwas anbieten? Kaffee, Tee, die Tür? Raus mit die Viecher! Kommt nächstes Mal wieder, wenn ihr weniger Zeit habt. Da hinten hat der Maurer ein Loch in der Wand gelassen. Wenn ich irgendwo zu Gast wäre, würde ich jetzt gehen. Ich muss dann jetzt mal dringend ein Fax aus Darmstadt ausdrücken. Verschwindet auf der Toilette. Ich fühle mich genug besucht. Ihr müsst jetzt zwar nicht nach Hause, aber hier bleiben könnt ihr auch nicht. So, mit nem Klatschen auf die Oberschenkel und nem Schwung wollen aufstehen.